jetzt wollen wir es zur anderen seite machen ganz kurz abbiegen du kommst her prellst auf die linke seite dann sofort auf deine starke seite körper deckt den ball ab und dann gehst du rum mir ist wichtig dass du vorwärts rückwärts seitwärts gehst ja das musst du mit deinen schnellen füßen schafft abbiege nach links gut rückwärts seitwärts ja abbiege nach links gut rückwärts seitwärts ja rückwärts zurückziehen jetzt handwechsel kommt ja toll rückwärts zurückziehen jetzt handwechsel kommt ja toll ja natürlich rückwärts handwechsel super klasse junge rückwärts handwechsel super klasse junge